Der Wochenauftakt bei den Indizes. Wir müssen mal drauf gucken, was haben wir im Moment geboten bekommen und da ist es eigentlich ganz spannend, vielleicht gar nicht so gut im 5-Minuten-Chart beim DAX aktuell zu gucken. Da gucken wir gleich bei den Amerikanern. Aber wir haben eigentlich eine hübsche Situation bekommen, hier so dieser erste Teil. Ihr habt das vielleicht auch bei meinem übergeordneten Video gesehen und jetzt hier so die Gegenbewegung. Und da wird es jetzt ziemlich entscheidend sein, wie sich das Ganze auflöst. Das ist beim Future vielleicht ein bisschen unschöner wie beim DAX-Index, denn wir haben eigentlich eine Situation, die ganz gut vielversprechend ist. Der DAX für heute schon zu, der Index zumindest mal. Trotzdem hätten wir eigentlich eine realistische Chance, wenn der Kurs jetzt nicht nach unten weg bricht. Also viel tiefer als so das Tief heute. Ich mache es mal groß, dann kann man das auch besser sehen. Viel tiefer als heute sollte er jetzt eigentlich nicht mehr gehen, dann hätten wir hier schon eine A, B, C. Man könnte auch nämlich diesen Anstieg mal messen. Ich lasse mal die blaue Kiste, die blaue Kiste bezieht sich auf das Rücksetzerniveau dieses Großen. Und der Kleine, der ist eigentlich ebenfalls in dieser Kiste, diese blaue Kiste, dafür die Läge quasi dann in etwa hier. Da sind wir angekommen. Wir hätten also gute Voraussetzungen für steigende Kurse hier beim DAX. Darüber hinaus sogar noch ein bisschen, wenn der Kurs nicht tiefer geht. Wenn wir beim Index bei 13.840 durchgehen, irgendwann oder 30 durchgehen, dann ist es offensichtlich nichts. Vorläufig, dann müssen wir durchaus mit deutlich mehr nochmal rechnen. Wahrscheinlich auch, dass das hier durchschlagen wird und dass es tiefer geht. Also das ist nochmal so eine Hoffnung. So, aber um diese Uhrzeit gucken wir natürlich gerne nach Amerika. Und wie ich in meinem übergeordneten Video schon angedeutet habe, die Märkte sind nicht ganz entzüngt. Das große Bild will ich euch nicht nochmal erklären. Das habt ihr vielleicht schon gesehen oder guckt ihr später dann nochmal an. Das ist ja bei Finanzmarktwelt und meinem YouTube-Kanal abzurufen. Das kriegt ihr ja dann schnell zu sehen. Aber jetzt hier der kurzzeitige Verlauf. Der ist jetzt natürlich super spannend, was wir jetzt heute Nachmittag machen. Und da ist die letzte Bewegung, die wir jetzt hier beim DAO sehen. Seit heute 16.30 ist eben zumindest mal eine starke Abwärtsbewegung. Wir sind sogar hier ein bisschen tiefer geraten. Und jetzt habe ich mal einen Wunsch an den Markt. Nämlich, wenn wir das hier haben. Und komm, da gehen wir doch sogar mal auf Minuten-Chart. Das ist doch etwas, was ich gar nicht so schlecht finde, mal auf Minute anzugucken. Und damit will ich euch nicht verführen, zwingend auf Minute zu handeln. Aber ich möchte, dass man so sieht, okay, wir sind einfach grundsätzlich steil auf der Abwärtsseite. Und jetzt, vielleicht hat sie schon angefangen, vielleicht ist das der Teil der Korrektur. Vielleicht gehört das noch mit dazu. Aber dann hier irgendwie eine Korrektur. Und wenn die fertig ist, ist die beste Chance eigentlich die starke Richtung nochmal nach unten. Ja, warum denn nicht diese starke Richtung? Die hätte mir theoretisch fast ähnlich gut gefallen. Ich gehe mal in der Zeit zurück. Das Problem ist nur, das ist ja nicht die erste Bewegung. Das war die erste. Dann hatten wir hier die Pause und danach kam die Fortsetzung. Um mich weiter für long zu begeistern, hätte ich hier sowas gebraucht. Irgendwas Wackeliges. Aber wir haben sowas bekommen. Steil nach unten, nicht getriggert. Also insofern die bullische Seite vorläufig kaputt. Also für diesen Zeitrahmen jetzt. So, das heißt, die letzte starke Bewegung ist eigentlich diese hier, die wir haben. So in der letzten Stunde, sagen wir jetzt mal, starken Stunde. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas Wackeliges hier hochkriegen, haben wir quasi wieder eine sinnvolle Chance, eigentlich, dass sich das in irgendeiner Form nochmal nach unten fortsetzt. Die großen Ziele liegen sogar noch tiefer, wie gesagt, das in einem anderen Video. Aber das wäre jetzt die Aufgabe für uns Feierabendhändler, die heute Abend nochmal drauf gucken, mal zu schauen, ob hier das eine korrektive Bewegung wird. Sprich, entweder mehrfach wackeln oder A, B, C und getriggert auf der Unterseite. Das ist ganz wichtig. Schauen wir mal im Vergleich. Was kann der S&P? Ich bleibe mal hier im 5-Minuten-Chart. Das Prinzip ist hier das gleiche. Also ihr seht ja auch, die starke Richtung ist abwärts, die schwache Richtung ist aufwärts. Die starke war abwärts, schwache ist aufwärts und so weiter. Auch hier im Großen starke abwärts, schwache war aufwärts. Wenn das Prinzip bleibt, also sprich starke abwärts, wackelig nach oben, weiter auf die Short-Seite setzen. So, jetzt rede ich die ganze Zeit von Short. Gibt es denn irgendwo ein Verhaltensmuster, wo man sagt, ja, aber wenn das passiert, dann dreht das Bild. Ja, das gibt es natürlich. Nämlich, ihr könnt das ja ahnen, wenn auf einmal die Aufwärtsseite stark ist und die Abwärtsseite schwach. So, im Moment ist das aber nicht hier. Wenn wir uns das angucken, das ist eben immer noch schwach gewesen. Auch das hier ist dreiwellig. Und ihr wisst ja, dreiwellig oder ebenso wackelig, das ist korrektiv. Das heißt, im Moment ist die Marktteilnehmerschaft nicht wirklich gut drauf, was das angeht. Nasdaq gibt es eigentlich nicht so viel dazu zu erzählen, aber doch etwas, was ich euch zeigen will. Denn wenn ich mir das mal angucke, schaut mal hier. Wir haben eine, also hier, also dieses Grundding. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf ist immer ganz gerne so ein Zyklus. Dann wackele ich in die Richtung. So, jetzt habe ich es gerade gesagt. Fünf ist so ein Zyklus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eigentlich wäre es jetzt Deluxe, wenn wir jetzt da hoch wackeln würden. Wie kann das sein, dass der Nasdaq hoch geht, wenn der da runter geht? Naja, wir wissen ja noch nicht, ob er wackelig hoch kommt oder vielleicht auch steil. Aber eigentlich nach diesem Eins, zwei, drei, vier, fünf wäre es eben sehr typisch, dass der Kurs irgendwo hier so in die Mitte. Für die ganz einfachen unter euch, nehmt das, nehmt das, nehmt die Mitte daraus, ein bisschen höher, ein bisschen drunter, ungefähr so. Für diejenigen, die es ein bisschen komplizierter mögen und die Fibonaccis kennen, zeichnet ihr vom höchsten bis zum tiefsten Punkt Fibonacci. Es muss nur den tiefsten auch treffen. So. Und dann habt ihr ungefähr die Hälfte, das ist, also nicht ungefähr, sondern genau die Hälfte, 50 Prozent. Und dann macht ihr die Kiste natürlich nicht so ungenau. Das ist immer so was, wenn man mal was in der Zeitung, irgendwo im Fernseher, ganz schnell einen Chart sieht, dann hat man ungefähr eine Idee, wie man sich orientiert. Wenn ich zeichnen kann, mache ich natürlich gerne vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt, habe dann hier meine Fibomarken und weiß, klassische Korrektur geht hier hin. Und jetzt wieder der Hinweis, Korrektur ist, ja entweder, ne, das ist völlig falsch, entweder A, B, C und zwar hier rein oder alternativ in irgendeiner Form wackelig. So. Und dann gilt, dynamisch runter, wackelig hoch, Fortsetzung nach unten. Jetzt, ja, aber dreht er dann hier jetzt sicher? Nein. Das ist ein ganz schlechter Punkt, wenn er hier durchgeht. Dann ist das ein Zeichen, okay, dann gehen wir auf die Short-Seite. Das geht im Fünf-Minuten-Chart, das geht in einem meiner Videos. Ich glaube, in meinem Beitrag zu Gold hatte ich das zum Beispiel, da hatten wir uns Euro und US-Dollar angeguckt. Vielleicht habt ihr das gesehen, da hatte ich das im Minuten-Chart beim Euro gegen US-Dollar gezeigt. Träumchen, wunderschön. Wunderbares Augentraining unbedingt zu empfehlen, damit ihr in Zukunft mit geschlossenen Augen auf den Chart guckt und sagt, ja, ich weiß, das ist die schwache Seite. Das ist nicht die Haupttrendrichtung. Ich gucke immer, was ist eher die starke, was ist eher die schwache Seite. Hier ist ein bisschen versaut intern. Aber dass man diese Richtungsunterscheidung vornehmen kann, dann liegt man vorrangig auf der richtigen Richtung. Also aktuell, Nasdaq ist noch der in Anführungsstrichen positivste, aber eigentlich mit der Erwartungshaltung, dass wir da nur erst mal korrektiv hingehen. Eigentlich sind die US-Amerikaner auch im kürzerfristigen Bild auf abwärts gebürstet. Vielleicht nochmal diesen Anstieg ein bisschen abwarten, um dann erst den Short mitzunehmen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi toi toi, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.